Ja ich bin aus Versehens eterniertet weil das Kind jetzt und ja wir spielen jetzt auf der map keine ahnung was denn michael hat kurz aufgelegt das ist das problem ok leute alter ich bin irgendwie so gut drauf keine ahnung warum ich bin gerade richtig gut drauf leute ich bin gerade richtig gut drauf schnauze die schlussheit ich sage ich wobei sonst töd ich dich ich liebe fds drops leiter oh mein gott bin ich gerade irgendwie voll auf drogen ok ich lasse dir ein schwerter drin kommen ich bin mal nicht so fies kann dass mir jemand schwer drin erstens haben wir keine fbs drops mehr nein 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 stirb 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 doch 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 und leute ich will heute ein kleines mini thema ansprechen und zwar ja leute ich bin bald bei waro also eine nachmache von waro das heißt jetzt terror aber ganz ehrlich mir ist es relativ egal ob das jetzt eine nachmache ist oder das echte oder was weiß ich weil es macht nämlich für mich gleich viel spaß ob das jetzt eine nachmache ist oder was weiß ich und ich finde eigentlich auch ganz witzig zum zuschauen und ja der hässliche high hat ist gestorben wir sehen uns machen wahrscheinlich noch eine zweite runde und dann werden wir uns auch ein bisschen mehr bemühen und tja leute 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 alle gelten keine fbs drops mehr wollen sie mich verarschen ich werde auf jeden fall weil ich mich einfach noch mal ich ich kann einfach nicht mehr ich bin einfach so ultra zufrieden mit meiner kündigung ich finde es so geil ach ich bin jetzt noch zu einer anderen kündigung ist das echt gut ne leute das wäre ja ähm gut ähm ich wollte einfach nur sagen ich wollte mich einfach noch mal bedanken und ich freue mich auf die weitere Zeit ich weiß es ihnen habe ich doch gesagt gut leide um und ich habe einen dienen der wälder die ich erworben das war voll witzig da ein paar einmal was ihr kleint okay nein er sagt einmal so zu mir so nice hat die sagt und er und dann einfach so schaue ich meine kommentare durch das schreibt meine neue zu drei sind sie so Moritz hast gerade nicht account gemacht das war bei Smoke Vita Vita, ich hab die ganze Smoke Vita Vita Auf einmal schreibt den so einer mit Smoke Vita 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 ein Und dann macht es noch mit dem halt jetzt auch voll Das war dann den Ausgleich einfach nochmal Ich bin da nicht in draußen, meine Liebste Nö, ich bin noch in der Runde so Ich hab's drauf, Leute Ich schaue mir ein bisschen zu Oh fuck Oh, ich bin da Oh mein Gott Themen sind in dieser Runde verboten Also, bitte nicht schiebt Doch, mach ich Jo, es geht weiter in der Runde Genau, ich bekomme nichts Ja Und ich bekomme einfach nichts Das ist verdient, das ist richtig verdient Oh, ich hab grad so, ich mag einfach Subvival Games Ähm, und ja Was? Smoke me every day 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 Smoke me every day 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 Vor allem macht es viel mehr Spaß Wie schlecht bist du einfach Okay, da ist jemand mit voller Rüstung Nice, und das ist Flash-Typ, den ich gerade angeschrieben habe Ja! Nächste Runde Jo, Leute, ich bin mal wieder Supi drauf Und, äh, ja Supi drauf Ein Spaß, Leute, ich bin gar nicht so du drauf, weil wenn ihr mit mich habt In ganzer in der Konfigur, dann rastet ihr irgendwann völlig aus Ja, ich hab mir das ja scheiße Die mir bisher richtig scheiße, Alter Oh, Leon, komm, mach, komm Nein! Oh, du, meine Fresse Ich hab den Tee, ich hab nix, gutes Smoke me every day 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 Oh, ich hab mich wertbekommen, nice Du bekommst immer und ich muss mich immer auf alles kümmern und dann freist du mich von diese Nerin bes Catalunya um alle alle älte freut sich dazu ins Avantgarde dismantle B Ren Winnen rein in Tr身 Rende ragon Nied König aber thema Boffen Beispiel Keim St Ich mag wieder wieder. Komm an, bitte, sag mal, kann man meinen Lohn abbauen. Oh, nice. Mann, warum schreibt er mich dann wieder? Oh, mein Mann, ich hab's nicht wieder. Ich hasse es. Oh, er ist abgauen, nice. Ach, Leute, das ist die schlimmste Folge in meinem Leben. Ich sag es so oft, aber es ist diesmal wirklich so. Nein, nein, nein! Willst du das? Okay, Leute, das reicht jetzt. Ich hoffe, es hat nicht die Folge gefallen. Nein, also mir hat es eigentlich wirklich Spaß gemacht. Nur, hey, halt. Er ist einfach, er bringt einen zu Weißgut. Jetzt redet er wieder mit seiner Mutter. Ich verstehe es einfach nicht. Leute, wenn es euch gefallen hat. Was? Nee, nee, ich bin nicht. Oh, schau. Also, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Wettung. Ich würde mich riesig drüber freuen. Da ist Biocheck. Ich hab mich getötet. Also, ich würde mich wirklich riesig drüber freuen. Jo, Leute. Ciao, Leute. Tschüss. Digga, das ist nicht dein Ernst. Tschüss. 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 Vielen Dank.